Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Revolver. In der letzten Folge haben wir Bad Bessie erledigt und es geht weiter. Wahrscheinlich sind wir wieder im Brimstone. Ausgangspunkt wieder. Schauen wir mal, ob es irgendwas anderes gibt. Ich denke, dass das Bessie eine wirkliche Handvoll war. An die Mission kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Sehr, sehr gut. Das ist dieser Totengräber. Der hat einfach so einen Sarg auf dem Rücken und im Sarg drin ist, glaube ich, eine Gatling Gun gewesen. Also der Typ ist wirklich crazy drauf. Ja, das ist die Mission. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird wild Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, schütz. Oh, so geht's natürlich auch. Oh, ich hab ihn sogar freigeschalten. Das war eine weitere Folge, reddit Revolver. Haut rein. Tschüss.